Mein Name ist David Rudold. Ich bin Kapellmeister der Stadtmusikkabelle Lietzen. Seit 18 Jahren habe ich diese Funktion mit größter Leidenschaft aus. 110.000 aktive Blasmusiker in gesamten Österreich machen das mit der gleichen Leidenschaft als Amateure vom lateinischen Amator der Liebhaberei. Gemeinsames Musizieren heißt Begegnung und Motivation. Nach einem erfolgreichen negativen Corona-Test sollte die Begegnung in der kleinsten Form zu zweit guten Gewissens möglich sein und der Einhaltung aller Maßnahmen und unsere Gesellschaft motivieren. Für die Zukunft wächst das, was wir gemeinsam nähern. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020